Yes, wir gehen einfach mal rein, hören mal zu, was der Florian zu erzählen hat. Und warum Deutschland in den kommenden Jahren nicht mehr wiedererkennbar sein wird. Eine gescheiterte Nation. Es ist eine radikale These. Hört mir jetzt bitte zu. So, jetzt haben wir noch ein Video von Florian Homm, was ich mir auf jeden Fall noch zu Gemüte führen wollte. Die Gemüti-Vibes. Yes, wir gehen einfach mal rein, hören mal zu, was der Florian zu erzählen hat. Jemand noch, den ich zu schätzen weiß, auch schon selber viel durch hat, sich auskennt in Deutschland mit der Politik etc. Und das Video heißt Lockdown, warum Deutschland in wenigen Jahren kollabiert. Am Anfang ist ein bisschen Werbung, die habe ich eben schon reingezogen. Und dann können wir direkt reingehen eigentlich ins Video. Wir fangen an mit einer brisanten These. In diesem geschichtsträchtigen Moment. Denn die Frage, die ich heute stelle, der vierte Lockdown. Und warum Deutschland in den kommenden Jahren nicht mehr wiedererkennbar sein wird. Eine gescheiterte Nation. Es ist eine radikale These. Hört mir jetzt bitte zu. Ist sehr radikal. Bin ich mal gespannt, was er da, wie er das erklärt. Ich beginne mit einigen wesentlichen Bereichen der gesamtdeutschen Lage. Zuerst mit der Energiepolitik. Wir alle wissen, dass Erdgaspreise bis zu 500% gestiegen sind. Das hat eine enorme Konsequenz für jeden, der sein Haus mit Erdgas heißt. Verteuerung von 100 bis 200%, wenn die Verträge auslaufen, sind durchaus realistisch. Das kann sich kaum ein Normalbürger mehr leisten. Gleichzeitig nehmen wir Nord Stream 2 nicht in Betrieb. Obwohl wir dadurch eine sichere Erdgaszufuhr in einer viel größeren Menge aus Russland erwarten können. Nuklearreaktoren, die wir haben, werden gänzlich abgeschaltet im Jahr 2022, schon nächstes Jahr. Obwohl auf der Weltklimakonferenz auch auf EU-Level Nuklearenergie immer salonfähiger wird und als grün beschrieben wird. Kohlekraftwerke vorgezogen, Arrivederci Tschüss 2030. Wie sollen wir denn in der Spitze die E-Mobilität mit einem Anteil von über 20-30% an Fahrzeugen bedienen? Wir haben gar nicht die Netzwerke dafür, auch nicht die Energie in Phasen, denen die Solarenergie und die Windenergie einfach nicht ausreicht. Wir haben schon in unserer Energiepolitik undenkbar... Ist ein Thema, mit dem ich mich persönlich selber noch nie so weitreichend auseinandergesetzt habe. Deswegen ist es gerade für mich einfach nur Informationsquelle, was ich mir gerade mal reinziehe. Eigentlich die höchsten Strompreise der Welt. Und wir planen eine Billionen für den Green Reset auszugeben. Meine lieben Freunde, das ist ungesund. Finanzen. Tage zwei Salzen. Das sind Rechnungen, die uns noch nicht bezahlt wurden. Von einer Billionen. Einer schreibt gerade, komm ins Café mit dem Typ, wär geil. Ja, ne? Gute Idee. Das schreibe ich mir mal auf, Digga, warte. Florian Homm einfach mal anschreiben, oder was? Bei Bugi und Belasch war der, glaube ich. Bei Tim Gabel war der, glaube ich, oder? Oh, Bonds. Das heißt, wir haften mit unserer Bonität für Länder und Institute, Organisationen mit wesentlich weniger Bonität. Nicht wie die Amerikaner sind bei uns zwei Billionen Verbindlichkeiten irgendwo in der Bilanz nicht auffindbar. Das kann man bei den Amerikanern ja leicht machen. Die sind da viel transparenter als wir. Unsere offizielle Verschuldung ist nur 2,3,4 Billionen auf Bundesebene. Also die wahre Verschuldung ist mindestens 4,6. Und da kommen nochmal 2,5 Billionen laut unserer Ermittlungen dazu. Wenn man das Best-Kiss-Szenario nimmt aus einer Euro-EU-primierten nahen Quelle, beträgt dieser Betrag eher 1,5 bis 1,7 Billionen. Das sind Zahlen, die einen leichten Kotzreiz zu verspüren. Wir haben auch zu den höchsten Energiepreisen, also Strompreisen, auch noch die höchste Steuerabgabenlast weltweit. Da ist die Quelle natürlich, die OECD. Gehen wir unser desolates, relativ desolates Gesundheitswesen ein, sprechen wir kurz das Thema Impfpflicht an. Nehmen wir an, dass nur 5 Millionen nicht geimpft sind. Das führt eventuell zu Geldstrafen, Führerscheinentzug. Faktisch ist, dass diese Menschen aus dem Wirtschaftszyklus ausgeschlossen werden. Ich rede gar nicht über Geldstrafen, Führerscheinentzug. Stellt euch mal vor, wenn du nicht geimpft bist, wirst du kontrolliert irgendwie. Allgemeine Verkehrskontrolle, kannst keinen Impfpass vorweisen. Und dein Führerschein wird dir dann weggenommen. Stellt euch mal vor. Wow. Das sind Zustände und Bilder, die will ich nicht erleben und sehen. Ich möchte das auch eigentlich nicht mitbekommen. Ich hoffe, dass es nicht so weit kommt, aber es ist ja schon so gut wie beschlossen, glaube ich, mit der Impfpflicht. Die Umsetzung, hat man bis jetzt noch nicht drüber geredet, wie das dann passieren wird, aber dass das kommen soll, steht ja schon so gut wie fest. Das gemeinschaftliche, das gesellige Umfeld. Und wir dürfen mal etwas durchrechnen. Wir haben ca. 50.000 Insassen in Gefängnissen. Nehmen wir doch einfach mal 5 Millionen. Bei durchschnittlichen Kosten für ein Gefängnisinsassen von ca. 50.000 Euro wären das 250 Milliarden. Ja, liebe Freunde, das ist ja 70, 80 Prozent des Bundeshaushalts müssen für Inkarzerierung, also für den Gefängnisaufenthalt eingesetzt werden, geschweige denn, wir müssten ja so viele Gefängnisse bauen, doppelt so viele wie es wahrscheinlich an Wohnungen treibt, doppelt und dreimal so viele wie es an Wohnungen fehlt bei uns in diesem Land. Und die letzte Impfdosenbestellung, mal locker 10 Milliarden, das addiert sich. Wir haben ohnehin wenigsten Zweifelsziele, Sarah Wagenknecht, einen verheerenden Abbau von Krankenhäusern und Krankenhausbetten und Intensivbetten. Und was ganz sich vergessen wird in diesem Umfeld, in dem Gesundheitswesen, ist, dass wir einen exponentiellen... Wie viel Geld da auch im Hintergrund steht bei dieser ganzen Diskussion, wo uns nach außen hin eigentlich nur gesagt wird, dass es um Gesundheit, Menschlichkeit, Solidarität geht, wie viele finanzielle Interessen auch hinterstecken. So, das geht um Milliardenbeträge, weißt du? Allein für die Bestellung einer Impfdose. Überleg mal. Die haben in einigen Fällen mehr als 100 Prozent bei Depressionen, bei Kindern oder Jugendlichen unter 18 Jahren, Depressionen, suizidären Tendenzen, akute Schlafstörungen, Hotlines mit häuslicher Gewalt drehen durch, sexuelle Gewalt dreht durch, Pädophilie dreht durch. Das ist ein kaputtes System und in dieser Krise gab es nicht einmal eine klare Anweisung, dass Vitamin D, B, C, körperliche Betätigung, die Rückführung auf die Familie, auf einen engen Freundeskreis eigentlich die besten Mittel sind, um das Immunsystem zu stärken. Ein kompletter, eine miserable Leistungsbilanz. Gehen wir in die Bevölkerungsstruktur. Das fühle ich. Zu, zu wenig. Bekannt ist, dass circa 300 bis 350.000 Leistungsträger unser Land netto jedes Jahr verlassen. Was ist denn ein netto, ein großer Leistungsträger? Das ist einer der großen Steuerzahler. Es gilt generell, dass 20 Prozent der Leistungsträger 80 Prozent des Sozialstaats ermöglichen. Davon gibt es angeblich 17, 18 Millionen. Das wird aber auch mit 15 Millionen gerechnet. Jetzt schauen wir uns andere Bevölkerungstrends an. Im Jahr 2019 hatten wir 1,8 Millionen Zuwanderer und Asylanten. Und wurde gemerkt 1,2 Millionen Auswanderer. Das ist in einem Land, das sich Berufs-, also Geburten-Technik selber abschafft. Vielleicht ein ganz guter Überschuss von 600.000. Aber bei den Auswanderern ist halt jeder Dritte oder Vierte ein Leistungsträger. Und bei den Zuwanderern und Asylanten kann man das nicht behaupten. Tja, kürzlich gelesen, vielleicht missrepräsentiert, die Ampelkoalition will mehr Afrikaner. Ich spreche nicht dagegen. Mittlerweile ist in unserem Land laut offizieller Statistiken grob ein Drittel der Bevölkerung durch den elterlichen Verbund oder direkt durch die Zuwanderung hat ein Migranten-Hintergrund. Das kann funktionieren. Aber es hat nicht geklappt. Wir haben das nicht geschafft. Wirtschaft, das darf man aufgrund vieler Statistiken festhalten. Unser Staatsapparat, weil wir schauen uns alles sehr genau an. Sonst können wir uns auch keine eigene Meinung bilden. Der wächst von ungefähr 40% der Gesamtwirtschaftsleistung äußerst ungesund, gesünder wären 20 bis 30% auf 60%. Das verdrängt so viel Initiative und manifestiert sich in einem unvorstellbar ineffektiven, ineffizienten Staatsapparat. Und das bitte im Zeitalter der Digitalisierung, der größten Effizienz- und Effektivitätssteiger, die man sich überhaupt vorstellen kann. Die Politikerkaste, etliche Politiker im Amt mit höchst fragwürdigen akademischen Nachweisen, Korruptionsskandalen, ob das in Deutschland ist oder in Europa mit Verurteilten, ja, aber nach Revision verurteilten, sage ich mal, Straftäter in den höchsten Posten, inkompetente Transportminister mit Billionen, also Milliardenschäden. Das ist eine Außenministerin demnächst, die wirklich nicht gänzlich erklärt hat, was sie wo, wann in ihrem Leben gemacht hat, überzeugend. Das ist ein Faktor im Staatsapparat. Und mindestens jeder fünfte Euro an Steuernahmen geht mittlerweile für Beamtenpensionen drauf. Was ist hier los? Desolate Verhältnisse. Aber man darf die Politiker nicht zu stark bashen, die bemühen sich viele nicht. Alle sind offensichtlich Narzissten, die nicht kritikfähig sind und aufgrund ihrer Fehler, ihrer mangelnden Selbstkritikfähigkeit, ihre Fehler noch verstärken, nur dass sie nicht zugeben müssen, dass sie Fehler gemacht haben. Ein großes Problem. Ich hatte einen Beitrag gelesen, das war wirklich hochinteressant. Da würde ich den Politiker, der Regierende Politiker, eine absolute 1A, 1+. Das ist so ein Trugschluss generell bei Menschen, glaube ich, dass wenn man Fehler zugibt, dass man Schwäche zeigt und nicht mehr so stark ist und dass man dann sein Wort verliert, seinen Ruf verliert oder was auch immer verliert. Das sehe ich in so vielen Bereichen. So Leute können echt schwer eigene Fehler eingestehen und sagen, okay, da habe ich einen Fehler gemacht. Vor allen Dingen, wenn es um Sachen geht, die offensichtlich sind, dann, also ich rechne das einem Menschen immer hoch an, wenn er selbstkritisch sein kann, wenn er sagen kann, okay, ich habe hier auch einen Fehler gemacht und ich würde es auch der Politik sehr hoch anrechnen. Das zeigt nämlich auch Menschlichkeit. Und diese Menschlichkeit, habe ich ja auch in den letzten Videos schon öfters gesagt, fehlt mir gerade in der Politik, dass man da mal wieder das Gefühl hat, das sind Menschen, die zu uns gehören, weißt du, wie ich meine? Und das würde definitiv passieren, wenn die da auch mal einfach ihre Fehler eingestehen würden und auch sagen würden, wir haben in der Vergangenheit das und das falsch gemacht, konkret benennen und versuchen, es in der Zukunft besser zu machen. Das zeichnet doch, da habe ich doch mehr Vertrauen drin, als in jemanden, der so tut, als ob er immer alles richtig macht, weißt du? Ist ja eigentlich auch menschlich, oder? Eben. Die sechs häufigsten Manipulationstechniken im Überblick. Ratet mal, ihr kennt es nicht. Ich wusste sie auch nicht, das teile ich gerne mit. Angst. Nummer eins. Denkt doch mal nach, was ihr ständig hört, wenn ihr die öffentlich-rechtlichen Medien macht, die Mainstream-Medien. Panik. Manipulation durch Privattechnik sind oder Social sind, eine Manipulation durch Wiederholung. Manipulation durch Erzeugung von Angst. Jedes Mal, wenn ich den Fernseher anmache, bekomme ich Angst. Ich mache ihn einfach nicht mehr an. Das ist so. Ich glaube, es geht jedem so. Aktuell vor allen Dingen. Manipulation des Denkens. Mir wird ständig eingebläut, wie ich denken soll. Manipulation des Verhaltens durch Sprache. Querdenker sind Nazis. Querdenker, Lateraldenkender, das ist die Grundvoraussetzung in 40 Jahren, in denen ich Mitarbeiter eingestellt habe. Die müssen zwischen den Zeilen lesen. Die müssen verstehen, was nicht da ist. Die müssen querdenken. Die müssen Lateraldenken. Die müssen sogar vertikal denken, unhorizontal denken. Das ist so krass, dass das überhaupt als Beleidigung funktioniert hat. Dass es überhaupt als Wort funktioniert hat, was andere schlecht darstellen soll. Querdenker. Das habe ich mich von Anfang an gefragt. Wie konnte das funktionieren? Weil was ist daran verkehrt, wenn man mal anders denkt? Wenn man mal querdenkt? Das ist ja wichtig. Ich komme auch aus der... Ich bin Wirtschaftsingenieur. Habe das Studium durchgezogen. Mathematik. Probleme lösen. Vor Aufgaben sitzen und nicht wissen, wie gehe ich da ran? Da hilft es voll oft, mal querzudenken. Mal die Perspektive zu verändern. Anders auf die Sache drauf zu gucken, um sie aus einem anderen Blickwinkel zu betrachten. Um dann die Lösung zu sehen oder zu finden. So. What the fuck, Bro? Und das ist jetzt eine Schande, Lateraldenken. Ich schwöre es dir. Manipulation von Informationen. Ich bin echt froh, dass es so einen Menschen gibt in Deutschland, Intellektuelle, wie zum Beispiel hier den Florian Homm oder auch die Frau Wagenknecht oder ein Kenneth M. So Menschen, die halt die Dinge so aussprechen, wie ich es persönlich mir wünsche. Also mir tut es extrem gut zu sehen, dass es Menschen gibt, die auch vielleicht in einer viel mächtigeren Position sitzen als ich und viel mehr schon durchhaben und das Land auch besser kennen als ich, die solche Sachen von sich geben. Das gibt mir Hoffnung. Nur. Und natürlich die Manipulation von Bedürfnissen. Ergo. Eine systematische oder systemische Spaltung könnte man auch sagen. Yes. Yes. Abitur mit 1 bestanden. Und wenn man sich auf solche Themen so konzentriert, dann ist es natürlich schwer, ein Land effektiv, effizient zu führen. Wirtschaft, ganz einfache Kennziffern. Verschiedene Institute haben belegt und Marktkenner behaupten, dass Zombie-Unternehmen mittlerweile 20% aller Unternehmen in der Wirtschaft ausmachen. Ohne Staatsgarantien, ohne künstlich niedrige Haltende Zinsen wäre jedes fünfte deutsche Unternehmen pleite. Staatsgarantien mittlerweile laut unseren Ermittlungen auch anderer Quellen über 200 Milliarden. Das ist ungefähr viermal so viel wie der aktuelle Verteidigungsbudget unserer Bundesrepublik. Laut Statistik gehören wir auch zu den Verordnungsweltmeistern. Also das ist äußerst unangehend. Es geht um die freie Meinung. Ein Land, das frei ist, hat wirklich eine freie Meinung, duldet viele Meinungen und geht nicht gegen die Grundrechte in der Verfassung, bekämpft die nicht oder auch nicht gegen die Kernthemen der verneinten Nationen. Das ist auch ganz leicht. Versammlungsrecht, die Menschenwürde, die körperliche Unversehrtheit, auch de facto aber noch nicht mit einer Diureimpfpflicht, eine Medienkultur, die monoton ist, eine schwere Zensur und eine nicht mehr vorhandene, kaum noch vorhandene Gesprächskultur, in der Profis in einem glasklaren Dialog Thesen und Antithesen besprechen, auf Augenhöhe. Oh, das wäre so schön. Tja, jetzt kommen wir zum vierten Lockdown. Wird euch langsam klar, was hier los ist? Seit Monaten erkennen wir eine erhöhte Sterbewelle. Ja, statistisch relevant, über 10 Prozent, je nach Bundesland und durch Impfungsquote wahrscheinlich. Ich höre weiter, aber es ist frei. Hochgradig bürgerfremde Politiker, eine komplett gespaltene Gesellschaft, eine Wirtschaft, die schwer gefährdet ist, nur noch der Subventionen und Zeitarbeitergeld der Region, über den Boden gehalten wird, psychologisch und selig. Ich zitiere Professor Bonelli, wie ging alles mit einer kollektiven Zwangsneurose? Aber mittlerweile sind diese Manipulationsfaktoren so erfolgreich, dass Dr. Marz, einer der großen Psychoanalytiker überhaupt, der sich sehr intensiv mit dem NZ-Regime und mit dem sozialistischen Regime der DDR beschäftigt hat, von einer kollektiven Zwangspsychose spricht. Und liebe Freunde, wie soll das... Das ist krass. Das ist krass. Auf so eine Themen würde ich gerne nochmal näher drauf eingehen. So, ich würde eigentlich gerne mit so jemandem wie denen hier... Ich muss mal den Namen aufschreiben. Aber das finde ich sehr interessant, wenn er davon redet, dass es eine kollektive Zwangspsychose gibt, also so eine... Was hat er hier das genannt? Der sich sehr intensiv mit dem NZ-Regime und mit dem sozialistischen Regime der DDR beschäftigt hat, von einer kollektiven Zwangspsychose spricht. Kollektive Zwangspsychose. Das hört sich für mich sehr interessant an, weil ich immer mehr mit Leuten rede, die halt ein ähnliches Gefühl haben und irgendwie so das Gefühl haben, dass sie depressiv sind oder nicht mehr rauskommen und auch Lebensmotivation verlieren und so. Obwohl gar nichts passiert ist in deren Leben, was die dazu treibt, sondern das liegt irgendwie anscheinend an den Umständen, an der Umwelt, an so weißt du, an den Vibes, die gerade abgehen. Und das würde mich mal interessieren, wie krass man das spürt, wenn zum Beispiel ein Großteil der Gesellschaft sich nicht mehr wohl in seiner Haut fühlt, wie das Auswirkungen hat auf die ganze Gesellschaft, so weißt du. Das ist sehr interessant, finde ich. Liebe Freunde, wie soll das denn funktionieren in seiner Gesamtheit, ohne dass sich Deutschland selber ruiniert, sich in die zweite Reihe der Nationen bewegt, in jedem Bereich angeschlagen, schwächlich, konfus und gespalten. Trotzdem steht das Land doch relativ gut da. Es ist ungefähr der Einäugige unter den Blinden der großen europäischen Nationen. Aber wir sind doch ein vergreister, schlecht geführter, außerordentlich undynamischer und weltfremder Kontinent, beziehungsweise eine diffuse, konfuse Europäische Union. Das hat Konsequenzen. Jeder fragt sich, warum der Euro in wenigen Monaten 10% an seiner Kaufkraft verloren hat. Das frage ich mich überhaupt nicht. Bei so einem Missmanagement muss ich mich fragen, wie der Euro in den nächsten Jahren gegen den Yen, die schwedische Krone, den US-Dollar, aber vor allem gegen Edelmetalle, vielleicht sogar gegen Kryptowährungen performen wird. Mein Tipp ist, nicht besonders gut. Und was die Risiken an der Börse... Wichtiger Tipp von jemandem, der Milliardär geworden ist in Deutschland und sich mit Finanzen die ganze Zeit schon auseinandersetzt, ne? Krypto, ihr denn, meine Lieben, Freunde? Gib mir die Krypto-Vibes. Das trifft inländisch Deutschland, in Deutschland agierende Gesellschaften, Europa agierende Gesellschaften. Da muss man sich manchmal eins überlegen. Meine Prognose ist heute, dass in den nächsten 10 Jahren die Mehrheit der europäischen Bevölkerung einer wesentlich schlechteren wirtschaftlichen Lage ist und dass das verfügbare Einkommen real dramatisch abnehmen wird. Wir reden über die Verarmung Deutschlands, aber auch Europas. Und zur Zinsentwicklung. Historisch, seit der Schaffung der Bundesrepublik Deutschland in dieser Form im Jahr 1949, lag in diesen 70, grob 72 Jahren bei einer Inflation von 5% und bei einer Inflation überhaupt die Verzinsung für Investoren mindestens 1 bis 3% über der Inflation. Wisst ihr überhaupt, wo die Anleiheredditen stehen würden, wenn man die Märkte nicht manipulieren würde, wenn man die Zinsen nicht künstlich drücken würde, auf Minus bei Staatsanleihen? Ich stelle euch doch mal vor, was los war. Wenn wir Sparer in Deutschland 7% auf unsere Ersparnisse bekommen würden, würde da noch eine Sau in Aktien investieren? Glaube kaum. Vor allem bei einer Inflation von 5,2%. Es ist ein unvorstellbar manipuliertes Spiel. Ich spiele mal eine Grafik ein gerade. Das heißt, die manipulierten Märkte, dazu zähle ich natürlich im Wesentlichen auch die amerikanischen Aktienmärkte, die amerikanischen Anleihenmärkte. Da sieht man hier, wie unvorstellbar günstig die Entwicklungsländer geworden sind an ihren Börsen. Bro, ich sage dir ehrlich, der spricht manchmal ein bisschen kryptisch für mich persönlich. Der geht halt sehr krass manchmal in dieses Finanzthema rein, wo ich dann gar nicht mehr richtig verstehe, worauf er eigentlich hinaus will. Großteil vom Video habe ich verstanden. Aber wenn es zu tief in die Finanzwelt reingeht, bin ich auch überfragt. Da sieht man ja, was passiert. Bei diesen haben keine Weltwährung wie der Euro oder der US-Dollar. Der wird nicht manipuliert. Sie stehen am schlechtesten Stand relativ zu unseren westlichen Börsen seit sage und schreibe 23, 24 Jahren. Das könnte man sich mal überlegen. Da gibt es ja unvorstellbar attraktive Aktien zu günstigen, qualitativ hochwertigen Unternehmen, die mit einem Drittel, einem Viertel der europäischen, amerikanischen Peer Group, also in den Vergleichswerten handeln, komplett durchgeknallt. Es ist klar, diese Phase der Veränderung, 22, 23, wird sie wahrscheinlich in einer negativen systemischen Konvergenz landen. Spätestens 25. 70, 80-prozentige Kursverluste sind denkbar, aber es ist auch egal. Weil in der letzten Starkflation, auch das kann ein Szenario sein, hätte jeder Investor, der nur ganz blind den Dow Jones oder den MSI Europe oder große ETFs und Indexfonds gekauft hätte, hätte weit über 70% real verloren. Auf Papier sah das ganz gut aus. Es ist die Zeit, glasklar vorzugehen. Weil wer es richtig macht, könnte überproportional wohlhabend werden. Und wer wohlhabend ist und es falsch macht, könnte sogar in den nächsten 3, 4 Jahren, aber spätestens einer Starkflationsdekade eher arm werden. Darum geht es ja auch in unserem Kanal. Wir werden all diese Themen ansprechen in den kommenden Wochen. Bitte abonniert den Kanal. Geht auf die Links, die wir da unten haben. Registriert euch für das Webinar. Es ist einzigartig. Ich freue mich enorm auf eure Fragen. Auf eure Live-Fragen. Let's go. Let's learn. Let's have fun. Also, lass uns loslegen. I like that, man. Lass uns dazulernen. Und wir können dabei auch Spaß haben. Ja? Alles Gute. Das war ja früher ein Wunsch. Und wir können dabei auch Spaß haben, Digga. Supi. Nice. Krypto, Digga. Ich sag auf jeden Fall, Krypto ist wichtig. Für uns alle. Wichtig und richtig. Das ist schon sehr wild, was hier gerade abgeht in diesem Land, ne? Aber bei mir wird auch die Hoffnung zuletzt sterben. Ich schwöre dir, Digga. Ich glaube noch daran. Und ich gebe die Hoffnung nicht auf, dass es irgendwann wieder ein Land wird, wie damals, wo ich hier groß geworden bin. Mit Chancen, Opportunities, Möglichkeiten, positiven Vibes, vielleicht auch ein bisschen mehr. Wäre schön. Und daran festzuhalten, gibt mir auf jeden Fall Kraft. Bescho.